es geht wieder los jetzt bin ich aber wieder schön ausgeschlafen schön fit und frisch es ist ein schöner tag und ich werde beginnen heute den shop zu befüllen dafür brauche ich mal meine sortierkisten aus dem auto und dabei kann ich gleich ein bisschen sonne schnuppern i wanna live in your house gewissermaßen ist es ja das was ich jetzt hier gerade macht ich habe das gefühl ich ich wohne das für heinz zu ende und die kerzen sind aus die große von gestern aber heiz wassermann wäre nicht heiz wassermann wenn er nicht eine sammlung an bösen kerzen haben da war ja nicht nur der eine karton da ist ja auch noch einer mit einer krümelkerze drin hier ist oben wenn wir dir doch mal anfangen hier die leuchte wir bauen uns eine mobile erfassungsstation dafür brauchen wir ein tisch mit rollen und exzellent licht noch mehr licht tüchen waage zwei von den schraubzwingen und ein hintergrund dran befestigen zu können und ein verzeugs der gas ja und das wäre vielleicht auch cool als hintergrund oder unterlage noch ein paar handschuhe irgendwie ein paar gute oder so ich hätte auch irgendwo viele gesehen so jetzt noch ein hintergrund hintergrund untergrund zentimeter maß alle schon da jetzt noch licht nur auch mit licht und wenn man sitzen kann soll man sitzen waage funktioniert außerdem braucht man hier bei den blumen auch noch paar vögel die sind lecker ja Ja, wir wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja. So, der Erfassungstisch ist fertig. Juhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020